Wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Michael Effler, ich bin Vorstandssprecher vom Verein Mehr Demokratie. Ich begrüße alle Anwesenden hier zu unserer Aktion für mehr Transparenz bei den TTIP-Verhandlungen. Das ist heute eine sehr ungewöhnliche Aktion, denn normalerweise demonstrieren wir immer vor den Parlamenten, um die Parlamentarier zu irgendeinem Tun zu bewegen oder zu irgendeinem Unterlassung zu zwingen. Und heute demonstrieren wir mal mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern, weil wir haben gemeinsam das Interesse, dass bei TTIP es so nicht weitergehen kann, weil einiges schief läuft. Wir haben heute das Thema mehr Zugang zu den Informationen, zu den Verhandlungen. Ich will aber am Anfang gleich klarstellen, für uns jedenfalls, für mehr dem Kontin, ich glaube auch für die beteiligten Vertreter der Parteien, ist ganz klar, wir lehnen TTIP ab. Wir lehnen TTIP aus einer ganzen Reihe von Gründen ab. Es ist eine Bedrohung für Demokratie und rechtsstaatliche Standards. Es ist eine Bedrohung für Umwelt- und Verbraucherschutzstandards. Und Transparenz ist natürlich ein wichtiges Thema, aber es ist nur ein Thema. Also wir wollen ganz klar durchsetzen, dass TTIP nicht ratifiziert wird. Von Anfang an wurden die TTIP-Verhandlungen sehr intransparent durchgeführt. Alle erinnern uns daran, dass nicht einmal bekannt gegeben worden ist, wer eigentlich die Vorentwürfe für TTIP vorgelegt hat. Es war eine sogenannte High-Level-Group on Growth and Jobs und es wurde nicht bekannt gegeben, wer da drin saß. Das Verhandlungsmandat, also da steht nichts Geheimes drin, wurde jahrelang vor den Bürgerinnen und Bürgern geheim gehalten. Es wurde erst auf massiven Druck der Öffentlichkeit veröffentlicht. Und jetzt haben wir das Thema des Zugangs zu den Verhandlungsdokumenten. Wir haben von Anfang an eigentlich nur einen ganz kleinen Kreis von Eingeweihten gehabt. Ich weiß nicht, ob viele von Ihnen, von Euch zu diesem Kreis gehörten, die Zugang zu diesen Dokumenten bekommen haben. Nein, höre ich gerade. Wir haben dann eine Handelskommissarin Cecilia Marmström bekommen, die aus dem transparenzfreundlichen Land Schweden kam und die angetreten ist mit der Ansage, jetzt wird alles besser, jetzt wird alles anders. Wir werden alles, was wir können, veröffentlichen, sodass alle wirklich die Informationen zu TTIP nachvollziehen können. Wenn wir jetzt mal kurz die Land ziehen, dann muss man sagen, dass dieses Versprechen bei weitem nicht eingelöst worden ist. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Informationen, an denen sowohl Parlamentarier als auch die allgemeine Öffentlichkeit nicht rankommen. Das betrifft alle Vorschläge der USA. Also niemand hat eigentlich außer den Vertretern der EU-Kommission Zugang zu den Vorschlägen der USA. Aber auch die Vorschläge der EU sind längst nicht allen zugänglich und vor allem sind sie nicht unseren Volksvertretern zugänglich. Das, finde ich, ist ein Skandal. Es kann nicht sein, dass der Deutsche Bundestag entscheiden wird, über TTIP und auch über CETA, dass es aber nicht möglich ist, zu allen wichtigen Unterlagen im Verlauf der Verhandlungen Zugang zu bekommen und dass das nur unsere Regierungsvertreter haben. Das ist ein Skandal und das wollen wir möglichst schnell ändern. Deswegen freut es uns, dass wir jetzt Bewegung bei der Sache haben. Wir haben immerhin jetzt eine Aussage des Bundestagspräsidenten Lammert, wir haben eine Aussage des Ältestenrates des Bundestages. Es gibt die Forderung aus dem Parlament nach vollständigem Zugang zu den Verhandlungstexten. Ich hoffe, das ist nicht nur eine Nebelkerze, wie zum Beispiel beim Investorenschutz, sondern eine ernsthafte Entwicklung und ich hoffe, dass zumindest das durchgesetzt wird. Das ist aber nur der erste Schritt, das ist mir ganz wichtig. Es kann auf Dauer natürlich nichts sein, dass nur die Verhandelnden und auch in Anführungsstrichen nur die Parlamentarier Zugang haben. Es gibt ein allgemeines Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zu den Informationen. Nur dann kann man überhaupt über faire Verhandlungen sprechen, wenn auch alle Bürger und Bürger die Möglichkeit haben, die wichtigsten Texte einzusehen. Ich hoffe, dass wir das gemeinsam, wenigstens das, durchsetzen können. Ich will jetzt schon schließen, nur noch mal mit zwei Ankündigungen. Zum einen befinden wir uns gerade im Endspurt der Europäischen Bürgerinitiative Stop TTIP. Wir sammeln noch genau sechs Tage. Wir liegen jetzt bei 2.940.000 Unterschriften gegen TTIP und CETA. Das ist die größte europäische Bürgerinitiative in der Geschichte der EU. Danke. Ja, finde ich auch. Und vielen Dank für alle, die dazu beigetragen haben. Es ist ja auch unterstützt worden durch Bündnis 19 die Grünen, durch die Linke und durch über 500 Organisationen in ganz Europa. Und das Zweite, natürlich ganz wichtig und nicht weit von hier am 10. Oktober, ist die Großdemo Stop TTIP, Stop CETA. Es wird sehr, sehr voll, da bin ich sicher. Hoffentlich wird das eine ganz, ganz beeindruckende Veranstaltung. Am Hauptbahnhof, 12 Uhr, laden wir alle ganz herzlich ein, da dazuzukommen.